Ja, willkommen zu den Morning News. Donnerstags ist es und die Morning News werden ermöglicht durch BBG, Europas größtem Aufkäufer für D2C und Amazon Brands. Gibt ja ein paar klasse News. Von daher die BBG Facts erst einmal hinten angestellt. Kommen nach der News, die mich besonders freut. Ja, Backup ist verkauft worden an E-Commerce One. E-Commerce One ist ein E-Commerce-Infrastruktur-Aggregator. Er ist mit einem Venture-Capital-Geber und Valentin Shit 2021 gegründet worden. Hier passierte dann der Zusammenschluss von, morgen Christoph, von Dream Robot und Afterbuy. Jetzt als Dritter an Bord ist Belgraff. Falls es einige nicht wissen, ja, Belgraff ist auch einer meiner Babys. Ganz am Anfang hatten Michael Groß und ich gemeinsam Belgraff ins Leben gerufen. Bis 2019 war ich an Bord. Ich habe den Staffelstart übergeben an Jens Lindner. Ja, und jetzt fünf Jahre später ist Belgraff verkauft worden, eben an E-Commerce One. So war gestern dann auch im Handelsregister zu lesen, dass der Michael, der als Geschäftsführer an Bord bleibt, noch zusätzlich einen Geschäftsführer beiseite gestellt bekommt. Das ist in diesem Fall der Entwicklungschef von der Via Online, sprich Afterbuy. Im Grunde genommen ist es eine großartige Idee, einen vernünftigen Kosmos zu bieten, wo im Grunde genommen die komplette Supply Chain für den Händler halt abgebildet werden kann. Das ist eine ganz, ganz großartige Idee. Sogar in dieser Form gibt es sie noch nicht. Es haben ja immer die ein oder anderen Systeme, ihre Herausforderungen, die halt nicht die Bedürfnisse der Händler komplett zum einen abbilden, sie aber auch nicht unterstützen können in ihrer eigenen Skalierung. Systemwechsel sind nach und nach oder sind immer wieder halt nötig. Und das kann, wenn ein solcher Aggregator sich geschickt aufstellt, in der Tat wirklich vermieden werden, sodass für den Händler am Ende des Tages ein echter Mehrwert entsteht. Das ist eine Mammutaufgabe. Klar, jetzt 2021 bis 2022, das ist jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr, ist es so, dass wir noch keine bahnbrechenden News erwarten können. Insoweit ist es auch ein klein wenig ruhig geworden. Aber, Frosch im Hals, aber ich glaube, wir müssen hier auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden und die grundsätzliche Idee an die glaube ich. Ja, die Geschäftsführerin von E-Commerce One ist Dalia Salzmann. Sie wird sich daran messen lassen müssen in Zukunft, ob und inwieweit ihr die Integration der Tools gelingt. Insbesondere aber auch, wie sie in der Lage ist, Synergien zu heben und halt auch Skaleneffekte zu heben. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich halt auch das Teambuilding. Es müssen ausreichend Talente an Bord sein und an ausreichend Talente an Bord vor allen Dingen auch gehalten werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ja, da werden wir sehen, ob Dalia das schafft. Ich glaube, nächstes Jahr sind wir dann schon wieder ein bisschen klüger. Jetzt kommen wir zu den BBG-Facts, denn die haben auch mit Belgraph etwas zu tun. Und was ich relativ spannend fand, war die Aufgabe, die wir im BBG-Kontext seinerzeit gestellt bekommen haben. Dort haben wir aus den Rohdaten, die Belgraph zur Verfügung hatte, eine spezielle Datenlösung und auch eine spezielle Datenübergabe für BBG entwickelt, sodass diese Daten recht einfach in ihr eigenes BI-Tool beziehungsweise in ihr eigenes BI-System einpflegen konnten. Das zeigt aber auch das Mindset von BBG, wo ihr euch im Grunde genommen alle ein bisschen was abschauen könnt, lernen und formulieren, wie der Idealzustand ist, den ich brauche, damit ich Dinge sehe. Und wenn ich es dann finanzieren kann, sollte ich halt auch nie eine Herausforderung damit haben, mir eine Lösung selbst zu bauen oder bauen zu lassen. Ja, gestern sind die eBay-News veröffentlicht worden. Morgen Armin, es tut mir total leid, dass ich die halt um 13 Uhr nicht veröffentlicht hatte. Ich hatte aber völlig eine andere Sache um die Ohren, sodass ich es tatsächlich vergessen habe. Ich habe gestern Abend spät noch die Pressemitteilung von eBay veröffentlicht. Das sind jetzt die ersten News. Im April kommen weitere. Viel Dolles, Neues gibt es nichts. Nichts für euch relevant ist halt der automatische Einzug der Kundengelder im Rahmen des Preisvorschlags, wenn da eine Zustimmung passiert. Das heißt, ihr habt weniger Zahlungsausfälle und habt schnell das Geld zur Verfügung. Das ist auch meines Erachtens so der Big Point, der hier passiert ist. Alles in allem aber halt nichts dramatisches. Ebay versucht nach wie vor und weiter das Advertising nach vorne zu bringen. Und hier muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist eine verdeckte Gebührenerhöhung. Das sage ich auch so in aller Deutlichkeit, weil eigentlich hätte ich, was die News angeht, mehr erwartet. Und so langsam aber sicher nach so zig Jahren des gefühlten Stillstands, Was ist als ein wichtiges gekommen? Die Videofunktion, ja, fehlt mir so ein bisschen die innovative Umsetzung von Möglichkeiten. Also eigentlich hätte ich wesentlich mehr erwartet sollen, erwarten können, hätte ich mehr erwarten wollen. Schade, dass da nicht so viel gekommen ist. Gestern wurde denn dann über einen Fehler in der Amazon-Berichtsverarbeitung bei JTL berichtet. Amazon hat doch offensichtlich in seinen Berichten Spalten deaktiviert, die sich auf eine ungenaue Darstellung der Daten auf JTL auswirken. Zuerst berichtet darüber, hatte, glaube ich, vergangene Woche Online-Händler-News. Und bedauerlicherweise hat JTL sich gegenüber ihren Partnern und Händlern gestern zuerst geäußert. Ich muss mal gucken, ob ich diese E-Mail auf Anhieb finde, was ich, was für mich, ne, ich habe es ja leider schon gelöscht, was ich sehr, sehr schade finde oder fand. Die Partner wurden informiert, aber mit der Maßgabe gebt das erstmal nicht an eure Kunden weiter. Na ja, ist halt, kann man darüber nachdenken. Ja, Obelink, das ist ein niederländischer Händler für Camping-Zubehör. Der hat sich nur als Marktplatz geöffnet. Den Link, wo ihr euch als Händler registrieren könnt, findet ihr unterhalb des Videos. Derjenige, der von euch Camping-Zubehör oder Produkte im Kontext anbietet, sollte sich damit einmal auseinandersetzen. Ob und inwieweit eine API-Anbindung, also eine automatische Transaktionsdatenabwicklung möglich ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe nur die Linken kurz kopiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Fällt mir auch ein, das ist eigentlich ein Fehler von mir. Das hätte ich besser machen können. Sorry dafür. Ja, jedenfalls schaut es euch einmal an. YouGov hat heute den Brand Index 2022 veröffentlicht. Interessant ist, unter den Top 10 finden wir neben eBay Kleinanzeigen unter anderem jetzt auch erstmals PayPal und auf Platz 9 Amazon. Das heißt, die Online-Plattformen sind in einem hohen Maße vertreten und haben zumindestens mal 30% unter den Top 10 gelisteten vertreten. Verdrängt, vertreten. Ah, ich habe es heute mit Entsetzen. Scheiße, jetzt soll ich gleich noch einen Rand bringen. Agen hat seine Zahlen veröffentlicht. Über 500 Milliarden US-Dollar sind abgewickelt worden über das Zahlungssystem. Ja, sind also allesamt dort zufrieden mit der Entwicklung. Und großartige News gibt es da halt auch nicht. Aber Agen ist halt ein Pfund in der Zahlungsabwicklung und wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre bleiben. Mit eBay haben sie ja unter anderem auch einen guten Schlag getan. Ja, der HDE hat auf dem Europäischen Industrietag 2022 ganz spannende Dinge geäußert, hier in diesem Falle der stellvertretende Hauptgeschäftsführer. Und zwar ist er der Meinung, dass der Handel am Point of Sale pandemiebedingt nicht mehr in der Lage ist, sich vernünftig digital aufzustellen. Und er fordert, dass die Politik hier unterstützen sollte. Meine Güte, ganz im Ernst, wie braun muss man sein, nach 20 Jahren online noch zu fordern, hey, wir brauchen Hilfe, weil jetzt ist eine doofe Situation da. Fuck, sollen denn die stationären Händler auch noch belohnt werden dafür, dass sie 20 Jahre lang die digitale Entwicklung verpeilt haben? Nein, das ist ein künstliches Am-Leben-Halten. Und das ist ein Am-Leben-Halten, das ist eine Forderung zu Lasten und zum Schaden der Online-Händler. Das gehört sich so nicht, das ist unanständig eine solche Forderung. Richtig unanständig. Wir reden hier von einem Protektionismus. Es kann nicht sein, dass eine aussterbende Spezies künstlich am Leben erhalten wird. Das ist unnatürlich. Im Grunde genommen ist es recht einfach. Wir haben hier eine wirtschaftliche Entwicklung, die hat eingesetzt und wer sich nicht anpasst, der geht halt ganz einfach. Der wird vom Markt ganz easy entsorgt. Das ist auch nichts Schlimmes, das passiert seit Jahrhunderten und daran wollen wir auch nichts ändern. Weil das ist eine Säule der freien Marktwirtschaft. Und nur überall da, morgen, Claude, wo wir Herausforderungen haben, kann ich die Politik einspringen und kann das Geldsäckel, das Steuersäckel aufmachen. Das macht aus einem stationären Händler keinen besseren Online-Händler. Der wird zwar noch etwas länger leben, meinetwegen aber, er ist vorher ein schlechter Stationärer gewesen und wird dann in Zukunft ein schlechter Onliner. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Händler, die sich rechtzeitig digitalisiert haben, die rechtzeitig online gegangen sind, die werden doch in den Hintern gekniffen. Ihnen wird ein Stolperstein nach dem anderen zwischen die Beinen geworfen. Und hier wird dann auch noch künstlich Wettbewerb nach vorne geschaffen. So jedenfalls der Traumgedanke eines Herrn Stephan Trump. Das finde ich schade. Insbesondere auch diese populistische, diese unfassbar populistische Forderungsformulierung. Bringen wir es doch mal auf den Punkt, ich brauche keinen einzigen Cent auszugeben, um digital zu werden. Ich brauche einen Rechner, einen Bildschirm, den habe ich in der Regel. Und wenn ich mich mit einem Foto mit meinem Handy durch die Gegend, durch mein Geschäft bewege und Bilder mache, kann ich kostenlos den Spaß auf eBay Kleinanzeigen anbieten. Sowohl eBay wie auch Amazon haben in hohen Maßen Förderprogramme. Bei eBay kriege ich sogar ein halbes Jahr die Gebühren in den Arsch geblasen. Und wozu braucht man hier noch Geld? Wenn sie ausgezerrt sind aufgrund der langen Schließung, ja meine Güte, warum hat man nicht die Zeit genommen? Und hat man die ganzen Online-Videos von Amazon, eBay und Co. konsumiert, um herauszufinden, wie toll es ist online zu sein. Da kann man sich auch weiterbilden in der Zeit. Und für das Versagen soll jetzt die Politik, unsere Gesellschaft, wir als erfolgreiche Online-Händler aufkommen. No-Go geht gar nicht. Finde ich also scheiße und hätte ich jetzt auch netter ausdrücken können, aber hatte ich jetzt gar keine Lust zu. Wir sind durch mit den Morning-News. In zwölf Minuten waren sie geschafft. Ich bedanke mich unglaublich fürs Zuhören und wünsche euch den geilsten Donnerstag ever. Habt Reibach bis zum Abwinken. Und wer Lust hat, heute Abend finden wieder die BBG Wissen Talks statt. Diesmal rund um das Thema Product Compliance. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Bis heute Abend oder morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.